Ja, der Thomas Thürling von Huckström ist ein alter Rock-Cut-Leser, der wollte euch jetzt auch mal was vorspielen. Was hast du denn da für ein schönes Teil umhängen? Wir haben jetzt hier die Wiederauflage vom Sweet Bass. Das ist ein Single-Cut-Design, wie man unschwer erkennen kann. Bestückt mit zwei Hamburgern, mit unserer patentierten, in Anführungsstrichen, Tonfilterschaltung mit Mid- und Low-Mid-Cut. Ja, und bringt halt ganz krackige Sounds, die man von so einem Instrument gar nicht erwarten würde. Ja, sieht ja schon mal sehr Rock'n'Roll aus. Jetzt legt mal los. Und wer jetzt erraten hat, welcher Song das ist, kriegt den Bass, oder? Ja, klar, mach mal eine riesige Give-Away-Aktion. Ich weiß nicht, ob du das letztens gesehen hast, es kam natürlich so, ich sag jetzt nicht, welcher Sender, aber es kam ein paar Sachen, das kann man auch auf dem allsetzt beliebten YouTube-Kanal nachgucken, wo der Gellery interviewt und in seinem privaten Bassraum hängen tatsächlich zwei Huckström-Instrumente. Das hat mich natürlich als alten Fan besonders stolz gemacht. Ja gut, der Mann hat Geschmack, das wissen wir ja. Ja, absolut. Nicht nur in Wein, sondern auch musikalisch und im Instrumentenbereich. Okay, danke Thomas. Alles klar, danke.